moin herzlich willkommen zurück zu einer weiteren folge hier let's play ls 17 auf der nordfriesischen marsch vierfach map 19 ohne greben ihr habt erraten ja wir sind mitten in der ernte organernte läuft raps ernte läuft weizen ernte läuft irgendein lexion steht auf feld 26 und fährt nicht weiter wahrscheinlich weil ihm der herrweg steht das feld dauert dann auch gar nicht mehr so lange so viel ist es nicht mehr alles gut alles läuft wir haben immer noch 300.000 liter milch im milchtank geldo läuft immer noch schon 500.000 weiß gar nicht wie viel passen hier mal drauf 1 2 3 4 5 das heißt wir hatten 10 wir hatten 12 vielleicht wir hatten 60 dürfte jetzt gleich zu ende sein vielleicht zwei millionen kriegen vielleicht aber das war's dann auch immerhin wir sind ja jetzt hauptsächlich erst mal mit der ernte beschäftigt und nicht damit wirklich viel kohle hier zu verdienen durch verkauf von irgendwelchen sachen ja steckt schon wieder was fest ja ja ganz toll waren hier nicht leer paletten leer waren denn leer paletten leer hier papier paletten ist noch da leer paletten sind dann hier oder wie erst mal wieder was da ja ja der mb-truck auch mann ey ja so viel ist es nicht mehr hier mit den beiden dreschern ja guck mal simon ist es nicht mehr hier mit den beiden dreschern 100.000 haben wir knapp verdient jetzt mit dem verkauf von hier ist doch super 698.000 läuft würde ich sagen na hauptsache die kann das auch mal alles abkippen ich will den mal eben von hand fahren weil wenn ich auf die bremse trete kann natürlich nichts gehen ich würde gerne nämlich hier vorne eben abkippen hier auf diesem hier da fährt er zwar auch immer rüber aber er rafft das nicht mit dem abkippen er fährt einfach immer weiter ich will mal eben gucken wie viel das jetzt wie viel ich denn hier los werde ganze ladung da bräuchte nämlich gar nicht erst wieder einmal ganz fahren zu lassen ja 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 seht ihr da sind noch genug leer paletten gewesen die hatten einfach wahrscheinlich kein kein getreide mehr naja gut das kann ja sein da läuft es weiter so ich gucke gerade mal ins ins back plug-in oben links und ja bleib mal stehen alter chill mal dein leben so die weizen dinger ja die haben aber alle das läuft alles die ganzen ernten laufen sehr schön läuft gut gut der wartet hier ups ist ah der ist abgetankt ja der hier ist noch rückwärts gegangen wird jetzt gleich probleme haben weil ihm natürlich der der traktor irgendwie steht ja ja alle ist gut weil es auch eher zufall ist gut auch alles gut der fährt jetzt hinter so die muss ich dann nachher auffällt wenn ich direkt auffällt an und 40 aber das wird heute nichts mehr ich muss jetzt erstmal einen schluck trinken das tut mir leid habe ich gerade in der pause vergessen in der aufnahmepause aber ich habe tierischen wirst meine meine mein hals ist komplett trocken das wird glaube ich auch die letzte folge heute die heute aufnehmen mal gucken eigentlich nicht aber seht ihr das funktioniert auch hier er ist gleich voll der abfahrer 99,7 prozent dann soll man gleich abfahren so Ja, er fährt selber ab, warum ich ihm nicht sagen. Ja, gut. Ja, war vielleicht doof, den Kurs dahinten zu machen. Außer, dass er jetzt wieder da irgendwie wahrscheinlich voll in die... Na ja, mal gucken, ich beobachte das mal. Ich würde mich da eigentlich auch mal eben reinzappen in den Case. Dann kann ich nämlich auch gleich den auch nochmal, da ist er. Mal gucken, ob der jetzt auch da wieder in die Baustelle reinfährt. Wenn ja, verstehe ich das nicht. So, da müssen auch mal irgendwo Geldkassetten, glaube ich, liegen von mir. Also, da muss ich auch nochmal nachschauen, ob die da wirklich noch sind. Oh, los, fahr schnell. Nein. Mist. Ja, war doof. War voll doof von mir. Ich weiß. Der steht da auch nur im Weg rum. Naja. So oft werde ich dieses Feld hier nicht mehr bewirtschaften müssen. Erstmalen. Ich 후ce. Oh, hilf. Wir gucken ihn mir zurück. Yes,pres Striọn. Sehr glücklich! Affiliate die Erlöste. Mis in Wart. So, dann wollen wir mal gucken, wie viel wir denn hier noch loswerden. Ach, das war's. Na, schön. Okay. Dann Pfarrer einstellen. Na, dann fahren wir. Dann kannst du ja, dann gucken wir mal. Gucken wir uns an. Ich habe ja hier die beiden, also eigentlich diese beiden Hühnerstelle, wobei er den hier nicht richtig versorgt, weil er muss eigentlich andersrum anfahren. Wie ich es jetzt bei dem anderen Stall mache, den würde er versorgen, aber der müsste eigentlich voll sein. Könnte ich mich gerade ärgern? Ja, ich könnte mich gerade ärgern. Da fährt er rüber. Fährt weiter. Hat also irgendwie, weiß ich nicht, zwei Liter abgekippt oder so wahrscheinlich. Ja, ich schalte mich ja gleich in den MB-Trag rein. Ich möchte nur eben einmal sehen, wie er hier rückwärts gleich ranfährt, zum Abkippen. Ja. 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 Die Cosplay Jungs, das ist schon ein ganz großes Kino, was sie da programmieren, finde ich, bin ganz weit vorne, mehr brauche ich mir nicht angucken, guckt, das Feld haben wir gleich, im Vergleich fertig, wie schön, los, lad ab, flieg stehen bleiben, oh, das war knapp, so wie bei 99,7 oder 99,8%, ja, Leute, das war's für heute, für Samstag, ja, zwei Ausgaben haben wir hinter uns, morgen gibt's natürlich auch wieder zwei, heute Abend kein Livestream, leider nicht, nächstes Wochenende, mindestens einen, vielleicht auch zwei, wir schauen mal, wir gucken mal, wie wir das machen, ja, ihr wisst ja, Kommentar, Like und Abo, sind eine große Unterstützung für mich, und, ja, wenn ihr mich wieder besucht morgen, dann freut mich das auch riesig, oder auch wenn ihr bei Facebook oder auf meiner Homepage vorbeikommt, Friesenjungen 13, ja, freu ich mich natürlich auch drüber, ganz klar, gar keine Frage, in diesem Sinne, sag ich mal, ciao!